Jaja was da los hey Leute hier ist wieder der Benje und der Haubner von den 2 Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und es gibt nämlich neue Inhalte in Black Ops 3 es gibt neue Aufträge wo man richtig coole Sachen freischalten kann wie Boxhandschuhe und eine neue coole Tarnung aber dazu kommen wir gleich ich wollte noch mal kurz zum Gameplay im Hintergrund sagen ich habe hier direkt nach der Gamescom eine erste Runde auf Nuketong gezockt und richtig cooles Gameplay ich glaube man kann es sich gönnen in der ersten Halbzeit stand ich einfach 47 zu 0 ich weiß selbst nicht was los war aber ich würde sagen die Runde kann man sich auf jeden Fall gönnen und ich würde sagen Hobner vielleicht startest du gleich mal mit den neuen Sachen die es jetzt gibt ja genau es gibt jetzt 4 Spezialaufträge einer davon ist der alte wo man einfach die 75 wins gebraucht hat um 10 seltener Supply Drops und eine Waffenbestechung zu bekommen ein neuer ist jetzt der Söldner Auftrag da kann man jetzt 90 Kryptos gegen eine Stunde Blackjack tauschen was eigentlich ziemlich geil ist weil jetzt muss man nicht mehr eine Woche warten um wieder eine Stunde Blackjack zu spielen dann gibt es auch noch was Neues wo man Visitenkarten freischalten kann insgesamt 7 Stück man schaltet die 6 Visitenkarten frei indem man einfach richtig viele Kills mit den Waffenkategorien macht zum Beispiel mit den MPs, Sturmgewehren, Schrotflinten, Knives, Sniper und Shotguns da schaltet man für jede Kategorie eine Visitenkarte frei und wenn man alle 6 hat schaltet man sozusagen die Meistervisitenkarte frei bei der man so eine animierte wieder hat und zum Schluss gibt es noch das Handwerkszeug das ist eigentlich richtig nice und zwar muss man da 200 Spezialistenkills machen und dann bekommt man eine neue Tarnung, die Unterwelt Tarnung Benni, wie sieht die aus? Die sieht auf jeden Fall richtig fresh aus, leuchtet ein bisschen und ist animiert und das finde ich eigentlich cool sowas habe ich schon eigentlich am Beginn von Black Ops 3 erwartet dass man jetzt wirklich Challenges machen muss wo man dann coole Sachen freischaltet und jetzt gibt es hier diese Handwerkschallenge wo man dann die geile Unterwelt Tarnung freischaltet und ich muss sagen die sieht richtig fresh aus also wir werden euch auf jeden Fall auch von der Tarnung quasi Gameplay im Hintergrund einblenden da gibt es nämlich schon Leute die haben die irgendwie erhackt sage ich mal unter Anführungszeichen und beziehungsweise freigeschaltet erhackt haben die nämlich was anderes es gibt nämlich noch was anderes was richtig cool ist nämlich es gibt jetzt so Community Aufträge und dort bekommt man also wenn dieser Community Auftrag vollständig geschafft wurde bekommt man Handschuhe, Boxhandschuhe und die hat er nämlich schon erhackt und dazu gibt es auf jeden Fall jetzt auch noch ein Gameplay und was dieser Community Auftrag ist ist im Prinzip richtig cool es müssen ich glaube bis zum 2. September oder 1. September oder bis wann war das genau ich glaube 2. September 19 Uhr 350 Millionen Spiele gespielt werden dann werden die Boxhandschuhe für jeden freigeschaltet genau das ist richtig cool ich meine eigentlich ist für den Arsch weil du kannst selber da nicht wirklich was dazu beitragen weil alle müssen viel zocken aber wenn das so weit ist bekommt jeder also alle Spieler diese Boxhandschuhe und das finde ich auch mega cool ich würde mir noch wünschen wenn so Sachen jetzt für den Waffen freischalten auch noch bei den Aufträgen dazukommen würde wie das mit der Tarnung also dass man wirklich jetzt keine Ahnung 200 Spezialisten Kills machen muss und man bekommt dann die und die DLC Waffe das wäre doch cool ich hoffe das kommt auch noch aber ist auf jeden Fall nice ich bin auf jeden Fall gespannt das ist ja jetzt im Zuge von ich glaube irgendwelchen Champs oder die Champs COD Championships dass die das gemacht haben mit den Boxhandschuhen vielleicht kommt danach auch wieder irgendwie sowas geiles ich würde es auf jeden Fall feiern wenn der vielleicht nicht nur mal eine Nahkampfwaffe bekommen würde die man da bei der Community Aktion bekommen kann sondern vielleicht auch mal eine richtige ganz normale Waffe die dann für jeden freigeschaltet wird das wäre auf jeden Fall mal sick ich glaube auch dass die das Feature ähnlich wirklich gut nutzen werden und ja ich würde sagen im Grunde passt das eigentlich mit den neuen Sachen ich hoffe noch dass die wirklich diese Aufträge konstant immer weiter fortführen also dass die neue rein machen und ja weil ich finde es jetzt cool dass es vier Aufträge gibt da kommt wieder ein bisschen Motivation rein dass man wieder Black of Stice zockt damit man diese Aufträge schafft zumindest motiviert mich das und ich hoffe einfach wenn man die geschafft hat dass dann immer direkt neue Aufträge dazukommen würde mich freuen mal gucken müssen wir dann abwarten aber ich würde sagen das war's auch wenn euch das Video mal wieder gefallen hat lasst auf jeden Fall ein Like da und ja Homna hast du sonst noch was? Ne ich würde sagen wir sehen uns wie immer beim nächsten Video haut rein und ciao! Ciao!